Hey, herzlich willkommen zum großen Dinosaurier-Special hier bei Herzberg, yeah! Einfach, es geht los, wir müssen was kaputt machen! Okay, im Rage-Grip ist das... Okay, dörst du das nach Uhtar von Blut? Jetzt dörst du mir nach Blut, überall sind hier irgendwelche Penner! Wir klammern uns unsere Beute! Moment mal, in diesen Wäldern, sind da nicht T-Rex? Ich weiß es nicht! Ich bin Tyrannosaurus Rex! Nein, nein, nein! Du bist schon vor langer Zeit ausgestorben! Du musst jetzt nicht... Wo? Hä? Hä? Da! Komm her, du! Und das ist ja so... Das war, das war so'n... Äh, so'n hier... Inni-Raptor... Velociraptor... Beute! Äh... Da hinten! Siehst du das? Da, pass auf! Da! Da! Da, ja, ich seh sie, ich seh sie! Ba-dam! 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 Ne, ne, ne... Da! Ah! Da ist wo? Da sitzt sie! Der kommt auf mich zu! Ha! Fit vor deinen Schöp... Schießen ab! Alter, meine Fresse, verreckt doch endlich! Ego! Das war'n Kopfschuss! Voll... Alter! Da sind zwei! Der erste ist zusammengebrochen! Ja! Sehr schön! Wo ist der zweite? Da! Feuer! Wo denn? Da hinten in den Büschen! Da! Oh! Hinter dir! Zwei andere noch! Ah! Danke! Hilfe! Nein! Lauf! Wir haben einen! Ne! Wo ist er? Der eine bugt gerade! Jetzt kommt er! Noch einer! Schieß! Schieß! Alter, meine Fresse! Was soll man denn da machen? Ich weiß es nicht! Die sind so verpackt, die Viecher! Ich seh' ihn ein bisschen! Ha! Stirb! Ja! Stirb! Ich krieg ihn noch! Er haut ab! Ja! Hau ab! Geh zurück zu deiner Sippschaft, alter! Hallo und herzlich willkommen bei Ockys wunderbare Welt! Wusstet ihr schon das? Badababada-bam! Der Triceratops war die Lieblingsbeuliches Tyrannosaurus Rex! Der Tyrannosaurus Rex! Tyrannosaurus bedeutet einfach nur Königsechse! Oh! Jetzt bin ich ein Tick schlauer geworden! Kein Problem! Oh nein, stopp! Stopp! Das ist Wasser! Wasser gefährlich! Wasser gefährlich! Ja! Im Wasser lauert Mosasauria am Land Tyrannosaurus Rex! Sie sind am Arsch! Schnell vor! Wenn ich eins über die Kreidezeit gelernt hab! Denn das im Wasser die noch fieseren Kreaturen und größeren Kreaturen leben! Der spitzen Predator in der Kreidezeit war der Mosasauria! Gemeines Hund, gemeines Vieh! Ok, allwissen Teil 2! Vor 65 Millionen Jahren! Wie bitte? Ok, allwissen Teil 2! Hey! Hey! What's up? Der Spinosaurus lebte übrigens auch in der Kreidezeit! Ich glaube vor 90 Millionen Jahren! War das so? Nooo! Lass mich in Ruhe! Okay! Und der T-Rex mit 4 Meter Schulterhöhe war einer der größten Theropoden, die jemals über unsere Erdgeschichte geschwandelt sind! Theropoden und Sauropoden! Was ist da, oder? Was? Theropoden und Sauropoden! Oh, jetzt nerv mich damit nicht! Theropoden sind die fleischfressenden Dinosaurier! Sauropoden sind wie der Brachiosaurus, friedliche Pflanzenfresser, die vor allen Dingen durch ihre Größe... Ah, ist ja in Ordnung! Da! Raptor! Raptor! Warte mal, wir schleichen uns an! Wir schleichen uns an! Er hat uns schon gesehen! Ich glaube das ist doch der Verletzte, glaube ich! Ja! Ja! So, dann bückt! Marcel bückt dich! Sie fordern uns heraus! Oh mein Gott! Ich glaube er lockt uns gerade zu seinen Artgenossen! Wir sind in der Falle! Egal! Er kriegt gleich eine Kugel in den Kopf! Warte auf mich, hat nicht so viel Ausdauer! Warte mal, bleib mal kurz stehen! Ey! Tritt! Mach deine... So many merulous sights! Oho! Cool! Schon wieder der Vollgerung! Der trägt bestimmt gleich hier unsere Kisten weg! Ey! Was geht ab, man? Toll! Ja! Wir jagen jetzt das Schwein! Ah! Hinter dir! Hinter dir! Warte, 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 warte! Lass mal Oggi ran! Es wird Zeit, dass ich diesem verdammten Typen zeige, wer hier das Kommando hat! Ja? Wo ist er denn? Hä? Da hinter uns! Er ist hinter uns! Wo denn? Hinter uns! Hinter uns! Bei mir! Äh! Hinter der Mauer! Hinter der Mauer! Da! Er versteckt sich! Er weiß nicht wo er hin soll! Es sind zwei! Pass auf! Hab ihn! Wir haben ihn! Uuuuuh! Da! Du Motherfucker Misfi! Essen! Essen! Wir haben Essen gefunden! Was riechst du? Pillazio! Ähm! Utterraptorfleisch! Wir sind ihnen auf der Fährte! WEITER! Mh! Sch! Boah! Meiner Oggi kriegt jedes Mal die Panic! Drei hoch! Ey, uuh! Die kann echt ein T-Rex sein! Hast du auch grad was gehört? Ja! Ich auch! Hier ist ein T-Rex! Hast du auch grad so ein Kruhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrngymt? Ja. Ich auch. Nimm die Beine in den Herrn und laufe! Zur Küste! Ist ja gut. Weißt du, wir sind hier auf diesem... Alter, wir sind hier total im Nachteil. Hier kann man mit dem T-Rex kommen. Wir müssen sofort in den dichten Wald da. Finde uns ist ein Spieler. Ja? Ja. Aber es gibt kein PvP. Was machst du gerade Handzeichen oder was? Mache. Stay. Haut ab, ne? Nee. Have you guns? Nee, das ist nicht der Typ. Yes. Where are you? Ah! Er macht's schon. Not you. Ich guck mich mal ein bisschen rum hier, ne? Verhandel du mal mit ihm! Was will er eigentlich? Natürlich. Ich weiß es nicht. Wer folgt uns? Wer hilft uns auch nur? Weiß man doch nicht. Okay. Der looted uns bestimmt die ganzen Sachen nachher weg. Ist mir scheißegal. Der Typ hat überhaupt nichts zu melden. Gut, dass es hier kein Vice-Chat gibt. Ja, Gewehr, Munition und Pfeile. Pfeile kannst du haben. Ich hab 45, das reicht erstmal. Okay, dann sind wir hier zu dritt. Noch sind wir zu dritt. Hier noch. Hier noch. Eines waren sie zu dritt. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Verdammt. Von ihm wird nur noch ein Turnschuh. Folgt mir, man ass! Warte! Ja, lass mich mal vorlaufen. Mal gucken, was passiert. Vielleicht sieht man die nur vom T-Rex gefressen wird. Das wär geil. Don't be quiet. Oh, ist das hier schön. Moment mal, bin ich hier nicht irgendwie auch mal gestorben? Ich glaub, hier wurde ich das erste Mal vom T-Rex-Hop hier gekillt. Hier, da ist der Dichte Wald. Rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Ab in den dichten Wald. Ich hab irgendwie das Gefühl, der kommt ja auch mal rein. Der geht weg, oder? Ne, er kommt, folgt uns. Oh nein, wir müssen ja irgendwie loswerden. Und er geht durch die giftigen Pflanzen durch. Ist egal. Tschüss! Das Ding geben wir auch mal zum Abschied. Das ist das letzte Mal, dass wir den armen Schlumpf gesehen haben. Ich weiß nicht, wenn der von Flugsaurier entführt. Ich hab zwei Mal Heilung, das ist gut. Ich hab auch eine Knarre. Ab zwei, drei, vier, aufgepasst. Warte, ich hab ne Spur. Du lächelst. Scheiße! Es ist scheiße! Warte, warte, hier muss einer sein. Ja, aber ich will jetzt nicht 5.000 Meter laufen, ey. Ne, ich hab jetzt auch keinen Bock. Warte, psch, psch! Ja, ich hör auch. Ich hör's auch. Ducken. Hinter uns, oder? Ich glaub vor uns. Ich glaub hinter uns. Bist du? Cleveres Kerl. Überraschung. Nein, duck dich, duck dich, duck dich! Ja, fahr da knapp. Ne, scheiße. Will er nicht. Heiß. Da hinten. Wo ist hinten? Ich schieße ihn gleich von weit hinten einem in den Kopf, in die Rübe, dann ist er gleich weg. Hey Marcel, Didi, ich habe noch was für dich. Hier, das kannst du haben und das kannst du auch haben. Hinter uns, hinter uns, hinter uns! Du Radel! Headshot. Er kommt auf mich, er kommt auf dich, nee, auf dich. Alter. Headshot. Der ist schon längst tot gewesen, ich habe ihn abgeknallt. Ich habe das verdammte Drecksfall, er ist gerade abgeknallt. Du leckst gerade voll. Echt? Ja. Jetzt immer noch? Ja. Du bist gerade irgendwie 15 Meter vor mir, obwohl du gerade neben mir warst. Nee, jetzt bin ich. Jetzt bist du vor mir, jetzt bist du, ja jetzt stehst du. Jetzt bewegst du dich komisch. Alter, du fordest dich halt voll bei mir. Ja, hier, ich bin bei dir. Siehst du mich? Ja. Beweg dich mal. Oh, ich seh dich nicht bewegen. Aber wir müssen den Server verlassen und da müssen wir nochmal. Du wirst gar nicht wissen, was gerade bei mir passiert ist. Was denn? Ich lauf gerade, hab nix in der Hand, ich seh dich nicht mehr. Ich seh nur noch dein komisches Handy. Was ist das denn jetzt für ein Scheiß hier? Ich häng fest. Ich komm hier nirgends wo mehr raus. Doch jetzt. Doch, jetzt bin ich hier da. Da ist ein T-Cheratops bei dir. Willst du den erledigen? Kriegst du nicht mehr an der Pistole. Er schwebt bei mir. Er fliegt. Er kann fliegen. Beflining. Achso. Didi, nein. Ich lauf schon. Nein, lauf weg. Hier ist ein G-Rex. Achso. Nein, Mann, Spaß. Komm her. Nein, schon laufst du weiter drauf zu. Er logen. Da. Von. Okay. Ich höre ich nämlich über meine Machete. Das ist ein kleiner, das ist schon am Geräusch. Keine Show. Yeah, I'm sure. Hinter uns. Hinter dem Baum. Wahrscheinlich. Der verarscht uns bestimmt. Natürlich verarscht er uns. Der ist nämlich da unten. Die alte Dreck. Der ist... Nein, der ist hinter uns. Ich lach dir. Ich lach dir. Das ist echt. Hahahaha. Was hat er denn? Ich weiß es echt nicht. Ich hab das Geräusch hinter mir gehört. Der ist hier irgendwo. Also ich schütze, er ist hinter diesem Baum. Da. Er kommt auf mich zu. Ah, ich muss auf den Zoom raus. Da, in den Gebüschüssen. Ich hab noch einen Schuss. Ja, ja, bleib stehen. Headshot. Ah, fuck. Yo, ist klar. Ja, ich hab mich voll ins Auge geschossen. Ich glaub, der backt schon wieder rum. Bleib still, du. Los, wir nimm die Verfolgung auf. Wo sinds? Ey, das ist doch nicht mehr normal, wie viel die Viecher hier aushalten. Manche stellen mit einem Pfeil in den Kopf und manche... Boom, 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 boom. Hier. Ich mein, das geht ja auch nach Gewicht und sowas, ne? Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass dieses olle Drecks-Teil drei Schüsse in den Kopf aushält. Okay, hier haben wir einen Stein und hier, guck dir diese wunderbare Seelandschaft an. Ein See, in ein prähistorischer See. Guck mal, da ist ein T-Rex. Nein, Mann, Spaß. Einen T-Rex mach ich platt, da kenn ich gar nichts. Guck mal, da hinten ist ne Kiste. Auf dem Plateau, also auf den Inseln oder was? Jo. Äh, wie viel Schaden hast du gekriegt? Nur so die Frage. Meine Ahnung, aber ich hab... Ich hab nicht mehr so viel. Ich slide hier einfach runter, so. Slide. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die... Also hinter uns ist keiner. Ne, sind wir auch keiner. Also guck mal, das haben sie hier aber auch geil gemacht. Alter, guck dir mal diese Landschaften an. Schön aus dem Zufallsgenerator. Oh, mit welcher... Ey, Mann, ich mein, ganz ernst, da bist du... Ja, aber guck mal, die Bäume, da haben sie einfach... Guck mal, die sehen alle gleich, fast alle gleich aus. Die haben sie einfach aufgeklatscht. Ja, gut. Aber ich meine dafür, dass das Spiel 23 Euro... Da hinten ist auch nochmal ne Kiste. Ich glaub, da ist ein Stützpunkt. Da kann man echt nicht meckern, aber ich meine... Äh, guck mal hinter dir. Was? Auf den Hügel. Was? Da sind zwei Raptoren die Verfolgung auf. Ach, geil. Komm her, du Penner. Heute steht wieder Fleisch auf den Speiseplan. Ja, das ist ein... Meinst du, der Revolver hat so ne lange Range, oder ist es auch kurz? Ah, weh. Getroffen hast du ihn, aber nicht gelegt. Quickscope! Warte mal, ich geh mal ein bisschen näher ran. Ich weiß nicht, was das für ne Range hat, der Revolver. Headshot! Er wischt! No! So, auf geht's in den Wald! Töten wir sie alle! Let's do this. Let's do it. Wo bist du denn? Ich seh' ich nicht mehr, doch. Let's do this, ja. Oh, kommt's richtig da? Keine Sorge, er ist hoch. Don't move! Da, hier, eine Spur. Ich hab auch ein Gelegt-Knappschüge. Nein, aber nicht die Schofritte, lass mich, ich zeig dir mal, wie man das macht. Jetzt! Uuuh, ich hab's ange... Er kommt doch viel zu! Wow, nice. Alter, wie stark ist denn die, ey? Die ist richtig gut, ne? Ey, da ist ein gelber Punkt auf der Karte. Roter, den hab ich grad gemacht. Achso. So geht das jetzt. Oh, warte. Wuuuh! Hier gibt's Loot. Loot. Wumzeln. Loot, loot. Ey, da ist so eine Holzbarrikade, so ein Holzwall. Ja, stimmt, da gibt's wieder was zu schnabulieren. Ja. Ja. Hmhm. Ist hier irgendwas drinne? Kann man da rein? Ah, hier sind zwei Kisten. Eine für mich, eine für dich. Große. Nee, ist eine kleine. Ja, ich auch. Oh, ich hab... Oh, wie geil! Ich hab ein neues T-Shirt. Toil. Äh, wie seh ich jetzt aus? Yeah! Ich hab ein Tarnanzug. Also, so ein bisschen Blätter an mein T-Shirt hab ich. Guck mal. Toil. Oh, ich hab mir erschrocken, Alter. Soll ich schießen? Ja. Oh, wir haben gleichzeitig geschossen, Alter. Ah, der wird. Hau ab. Nein! Muss nachlaufen. Und da hinten ist auch ne Aussichtsplattform, da gibt's auf jeden Fall einen, da müssen wir hin. Alter, geiler Ausblick. Nur reinfahren, sonst ist es nicht im Verein auch. Ey, wir müssen auf den Himmel, glaubt. Oh, fuck, was ist denn jetzt los? Achso, Gift. Da oben sind auf jeden Fall Flugsaurier, aber darauf hab ich keine Lust. Ist mir recht auf furchtlose Anführer. Am Anfang waren wir zu dritt. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Was ist denn ich aufs Ding geworden? Der hat den Disco nicht. Oh. Ey, hier ist die Station, wir sind hier vorne. Ja. Und warte, 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 was ist das? Ey, hier ist der Bunker. Ja, Geruchseenttarnung. Vielleicht greift er dich. Ich zehre. Oh, super. Ja, dann hast du das getan. Hier ist noch ne Kiste. Ich zehre. Oh, nee, ne? I'm fucking kidding me. You're fucking kidding me. Oh, fuck. Game of Jax. Hallo, hier. Der kommt auf mich zu, glaub ich. Der ist so creepy gerade. Oh, er ist neben mir! Warte, ich komm zu dir. Oh, Alter. Headshot. Cheese. Headshot. Ja, ich auch, Alter. Ich will jetzt nur Sound sparen. Ach, Peter. Wo ist der Fiesel? Der kommt zurück, oder? Hast du ihn? Hast du ihn, ne? Ja. Nein, nein, nein. So, ausweiden. Okay, du hast ihn. Ich hoffe jetzt. Jo, T-Rex-Spur gefunden. Ne, ernsthaft? Jo, hier. Hier lachen, zeigen wir mich nicht hoch. Ja, tatsächlich, ey. Ziehend. Das heißt, er geht da lang. Ja, aber hast du schon mal einen T-Rex der Kacken gesehen? Nein, 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 nein. Boop, 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 boop. Echt, jetzt? Ah! Ah! Gah, ha, ha. Ah! Scheiss! Oh! Mami! Sterbe, Rade! Oh, hi! Wie geht's dir? Ey, er ist so... Ah! Nein! Tust dich nicht! Nein! Ob du mit Ansehen bist! Du Schwein! Scheiss! Das U-Rex muss verrecken! Scheiss, du verarschst mich jetzt wieder! Du bist so... Scheiss! Ist das ein... Hältst du dich noch, oder? Ja, ich habe aber gleich keine München mehr. Ich bin sofort da. Und der scheiss T-Rex ist an der Waffenkiste. Ich höre die ganze Zeit nur die Schüsse. Scheiss, Alter! Wir sehen nur hinter uns! Ah! Ich drehe mich um! Da ist doch gar nichts auf meinem Links! Oh, shit!